Die Welt ist jetzt in, in der Dose in. Sportler, man ist auch Künstler, manche sind echte Künstler, die probieren halt kreativ zu sein, ihre eigenen Tricks zu entwickeln, individuell zu sein. Und daher entsteht halt so ein Leistungsdruck und auch eine eigene Welt, in der man sich verbirgt und in der man lebt halt. Sie bitte jetzt für ihn anrufen, und zwar die 01379. Wir reden vom BMX-Fahrradfahren und er ist einer der wirklichen Meister und das wird er Ihnen jetzt beweisen. Hier ist Chris, unser BMX-Champion. Bis zum nächsten Mal. Kissing Jacks, kissing Junking, kissing Lines Smiking Chips und in den Pinkfakes Nobibibus, snapping, longs Slachin' Ticks, blowing hot Tissier-Buddy, driving wild, wild nuts Ja, ich weiß, ich komm nicht Ha 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 Kille, Kille Sooooooooh Kill me, kill me Kill me, kill me Yes, I'm about to fucking crush like these sexy, dirty jackass skinny beauty, peachy coffee in your money, yanni yanni hook your buzzing by the clown chips and cruders, Osprentown Shake me, run me, get me down, down, down Get on a motherfucking crash Like this thing to be dirty, jacking in a view It's a peachy coffee, bring your mommy, mommy, yeah Superbunny, run it from the top Set close up, get down Shake me, run me, get me down, down, down Oh, 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 oh Kill me, kill me, kill me So, oh, 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 oh Kimme, 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 Kimme! Kimme, 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 Kim Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.